Ich konzentriere mich hundertprozentig auf meine Routine. Und ich konzentriere mich hundertprozentig auf meine Routine. Gewöhnlich trainiere ich wenigstens vier oder fünf Stunden täglich. Und manchmal bin ich so begeistert und vertiefe mich so in das, was ich tue, dass ich sogar vergesse, dass ich hier oben bin. Oft, wenn ich hier oben bin, auf dem Schwebebalken, versuche ich mir selbst ein fröhliches Lied vorzusingen. Besonders wenn ich bei den Olympischen Spielen starte, kann ich keine Ängste haben. Ich muss die schwierigsten Übungen, die überhaupt denkbar sind, turnen, mit all den notwendigen Risiken. Da ist kein Platz für Angst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Idol ist natürlich Turi Djeva. Wenn ich nur jemals ihrem Charakter und ihrer Eleganz nahe käme, es würde mich sehr glücklich machen. Aber vor allem möchte ich, dass die Zuschauer mich mögen. Vor den Zuschauern möchte ich elegant sein. Viele Experten sind der Ansicht, dass Svetlana kurz vor einer großen internationalen Karriere steht. Ob sie den festen Wunsch hat, die Ausdauer und die Willenskraft für diesen Schritt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Die ZDF für funk, 2017